das dorf ich glaube die namen haben wir schon gehört ich verlasse es aber bereit für wenig wie die becky gut reden wir mit tessa aber denk dran dass deine erinnerung an sie schon zehn jahre auf dem buckel hat schon klar doch das wäre nicht der fall das ist sie aber nicht ich nehme an das ist michael ach so wir können ich dachte ich stehe hier noch so rum erstmal straße überqueren ok also nicht dann gehen wir zu michael moin michael hey du hey hast du heute nicht frei ja wir sind hier kunden teiler das ist michael der nervige kollege von dem ich dir erzählt habe dank mir kennst du marshmallow wodka und alkoholpops und jetzt bin ich nur noch der nervige kollege für dich wie es keine sorge sie hat mir klar gesagt wie schlimm es hier ohne dich wäre schön dich endlich kennenzulernen sie redet ununterbrochen von dir daher habe ich das gefühl dich schon zu kennen ihr seid also hier um sachen für daheim zu holen ja es ist wohl das beste da draußen zu bleiben die arbeit geht schneller wenn wir ihr quasi nicht entkommen können hey ich liebe die effizienz wir beide müssen hier endlich raus wie war das ähm äh was oh äh michael wird auch nach juno ziehen oh und ist das euer plan zusammenzuziehen oder naja schon ja die wohnung zu teilen ist billiger aber noch steht nichts fest ergibt sinn vielleicht ist auch für dich platz na klar je mehr ronens desto besser ich mach ne kochausbildung also gibt's immer leckeres essen und hey ich schnarch nur bei pollenflug und baseball wie könnte ich dazu nein sagen alles ok meine füße bringen mich um ich bin schon um vier zum angeln raus war ein langer tag oh du angelst gerne ja es gibt da das bussardloch an dem platz bin ich zweimal pro woche man fährt fast eine stunde aber es ist so cool besonders früh am morgen kein witz genau da war ich auch immer echt jetzt ja hey also wenn du mitkommen willst frag mich einfach ich teil gern cool die meisten leute werden zu smeargol wenn es um angelplätze geht ja mein schatz sie ist neidisch weil sie nie einen fisch fangen könnte selbst wenn sie den seh mit zianit findet ach egal tyler wir sollten mit dem einkauf anfangen gut ich bin hier wenn ihr was braucht aber keine tagen ein wenig wie die witzschies ok so ist der nahr in diesem muss man weiter entscheiden die telefonzelle ok wir sollen wir rein Oh, ich rieche eine Erinnerung. Okay. Mir ist er noch gerade nüpft. Merleon. Hey, Olli. Guck. Ich warte hier gerade auf den Bus. Hä? Auf den Globus. Du fällst noch runter, Dummkopf. So lustig. Warum hast du da nicht gelacht? Das war urkomisch. Nicht so komisch, wie wenn du schmolzt, weil ich nicht über deine Witze lache. Ich hab's geliebt, dich aufzuziehen. Ehrlich. Ah, okay. Seltener Dank. Extreme Bubblegum. Also, worauf warten wir? Gehen wir einkaufen. Let's go to the mall. Let's go to the mall. Let's go to the mall. Oh, stimmt. Tyler. Oh, was für eine Überraschung. Hat Alisson nicht erzählt, dass ich heute dabei bin? Ja, doch, hat sie. Ich hätte nur nicht erwartet, so einen schicken Mann zu sehen. Na ja, ich hab auch heute Morgen geduscht. Und gerade erst in der Stadt angekommen, oder? So ähnlich. Wir haben an dem alten Haus gearbeitet. Aber was eine Überraschung. Nachdem es zehn Jahre leer stand, fehlen ein paar wichtige Dinge. Deshalb die Einkaufstour. Oh, natürlich. Nun, wir können euch hier alles besorgen. Muss schön sein, zu Hause zu sein. Äh, ich weiß nicht, ob schön das richtige Wort ist. Oh, natürlich. Ich nehme an, da zu sein fühlt sich komplizierter. Das könnte man so sagen. Na, dann will ich euch nicht länger aufhalten. Ich bin hier, falls ihr irgendwas braucht. Oh, hey, ist Tessa heute hier? Meine Frau ist ausnahmsweise nicht da. Aber ich denke, dass sie nachher kommt. Aha. Okay, also wir brauchen Kerzen und Allzweckreiniger. Plus Nacks und Getränke. Ich verhungere noch. Kannst du mir eine gute Tochter machen? Guck mal, hier sind alle guten Angeplätze markiert. Ich habe mein Handy nicht dabei. Und du weißt schon, dass du das googeln kannst, oder? Machst du Witze, Alison? Angler-Veteranen teilen so pikante Informationen ganz sicher nicht im Internet. Denlos Dalks Live. Katis-Konzert. Katholische Novinfeier. Katholische Novinfeier? Das ist doch... Es ist okay. Ähm... Ja. Sportlich, elegant, temperamentvoll. Klingt nach dir. So ein bisschen wie wässriges Feuer, aber... Katholische Novinfeier. Ja. Äh... Irgendwelche Getränke wünsche? Äh... Achso, Limo-Saft. Trauben-Limo? Stimmt. Hab vergessen, dass du dir am liebsten machtest. Casting-Rondes Rodolfo in der Böhm. Männlich, 21 bis 33 Jahre. Sportlich, elegant und temperamentvoll. Ethnie und Herkunft. Egal. Gesangsternit. Genau. Gesangsternit erforderlich. Sportlich, elegant und temperamentvoll. Das ist ja schon... Da fahre ich ja raus. Ja, du hast nichts verpasst. Es sei denn natürlich, du möchtest Idris Elba 2. Hm. Ich schreibe mir das mal für die Zeit nach dem Umzug auf. Ich bin mehr so ein Essermiller. Genose Germbreakers. Frischfleisch Bootcamp. Es interessiert dich alle für Roller Derby. Meld dich an. Anfängern bis Profis sind alle willkommen. Okay. Äh... Bist du Team Schokolade oder Team Chips? Äh... Äh... Chips. Salz und Essig sind das Einzige, was mir bekommt, wenn mein Magen verrückt spielt. Na gut. Ich hatte eh nicht vor, euch noch mit jemandem Bruch zu machen. Okay. Hey. Was haben wir hier so tolles? Können wir sie im Schnee kühlen? Eiscreme? Bei dem Wetter? Eiscreme bei jedem Wetter. Oh, hallo. Inventur, was? Ja. Mein Verstand ist gerade nur noch brei. Egal. Wie läuft denn der Großeinkauf? Findet ihr alles? Wer war heute für die Regale verantwortlich? Alles ist total durcheinander. Findest du Streit, Ronan? Muss ich dich an das große Tabellen-Kalkulations-Desaster von 2014 erinnern? Darüber reden wir nicht. Ich hab nur einen winzigen Eingabefehler gemacht. Dankdem der Laden fast eine ganze Ladung Tampons für 10.000 Dollar bestellt hätte... Du hast mir den Arsch gerettet, als du den Fehler entdeckt hast. Jep. Und du schuldest mir noch was dafür. Egal. Wie läuft's bei euch? Es war... ...nur aufreibend, nach all der Zeit wieder im alten Haus zu sein. Wie fühlst du dich? Noch verunsichert, aber... ...das geht vorbei. Okay. Na gut. Ich bin da, wenn du mich brauchst. Äh, okay. Also... ...sollten wir was ökologisches nehmen? Oder den industriellen Planetenzerstörer? Ach, Industrie-Power. Macht kaputt. Biologisch. Vielleicht müssen wir mehr schrubben. Aber ich könnte den Bibern bei der ganzen Chemie nie wieder in die Augen sehen. Das biologische, also. So muss das doch... ...das kleine Dörflein hier nicht verpesten. Mal sehen. Frische Pfingstrosen. Dreischichtige Schokotorte. Geröstete Marshmallows. Machst du gerade eine dramatische Lesung eines hochdrabenden Kopfes? Nein. Ich sehe mir... ...einfache Kerzen reichen aus. Okay. Wir sind hier fertig. So habe ich das einfach rausgewählt. Hätte ich auch andere wählen können. Aha. Sirup. Wie es ausschaut. Ja, ja. Was haben wir dort hinten? Hm. Aha. Ist das alles? Ja. Danke, Tom. Oh, hi, Tessa. Wir wollten dich gerade besuchen kommen. Hi, Tessa. Lange nicht gesehen. Mein Gott, du siehst aus wie ein komplett anderer Mensch. Ich bin's. Mit Bart. Ja. Also, wir waren heute im alten Haus. Himmel, was wollt ihr denn da? Mich wundert, dass es noch steht. In Maryanns Schlafzimmer waren ein paar Sachen, die uns verwundert haben. Ach, wirklich? Mhm. Wir wollen dir ein paar Fragen über sie stellen. Direkt Konfrontation. Ach. Du bist vermutlich die einzige Person, die Maryann besser kannte als wir. Oh, da bin ich mir nicht sicher. Das ist ein Jahrzehnt her, Kinder. Ich weiß, aber ich muss es fragen. Was denn? Hat sie je über mich als Junge gesprochen? Nein. Sie hat es nie erwähnt. Ich hab's erst später erfahren, wie alle anderen auch. Es hat Maryann klar beunruhigt. Ach. Hat sie sich dir denn gar nicht anvertraut? Eure Mutter war äußerst zurückhaltend. Sie brauchte niemanden und das war für alle klar. Aber es ging um Tyler. Wenn es um uns ging, war sie bereit, Hilfe zu suchen. Am Schluss nicht. Hört zu, ich habe heute noch viel zu tun. Tut mir leid. Ich kann euch nur empfehlen, nach vorne zu sehen. So einfach ist das nicht. Was in dieser Nacht geschah, kann man nicht so einfach begreifen. Aber es war sicher alles Teil von Gottes Plan. Mehr wissen wir nicht. Der ist schon wieder... Ich muss jetzt gehen. Ich wünsche euch viel Glück. Den doch daraus. Was zum Teufel war das? Ich wusste, dass sie nichts sagt. Hatte sie ein CIA-Training? Irgendwas ist komisch. Es ist komisch, oder? Ja, ich spüre es auch. Ich kann es aber nicht genau ausdrücken. Ah, okay. Also doch nicht gehen. Jetzt haben wir ja das mal gefunden. Oh. Ich rieche eine Erinnerung. Hübsch. Ui. Hübsch. Was haben wir denn da? Hey, ihr zwei, seid ihr fertig? Ja, Mom. Können wir rausgehen, während du mit Tessa Karten spielst? Ach, heute ist leider keine Zeit zum Spielen, Schatz. Gehen wir besser. Marianne, kommst du mal her? Sorry, Tessa, aber ich hab's eilig. Oh, was hast du diesmal für eine Ausrede? Notreparaturen am Biberdamm? Tessa, also... Nein, ich will es nicht hören. Ich will mit dir reden. Sofort. Muss ich dich an deine Schulden erinnern? Aha. Schulden? Das hatte ich völlig vergessen. Ich erinnere mich. Aber irgendwie war es anders. Schauen wir mal, ob wir meine Version abrufen können. Okay? Okay, seine Version. Mom, dürfen wir rausgehen, während du mit Tessa Karten spielst? Nein, heute gibt es keine Spiele. Marianne? Können wir reden? Nein, danke schön. Lass die Einkäufe, Kinder. Wir gehen jetzt. Stopp. Bitte, lass uns einfach kurz reden. Okay? Na, die Einung ist aber ein bisschen anders. Die Einung sind leicht verschieden. Eigentlich ergibt das Sinn. Raschemol und so. Egal, wie es anfängt. Nachdem sie zur Ladentheke rüber sind, ging noch Marianne. Bitte, lass uns einfach kurz... Marianne verteidigt uns. Weil Tessa mit ihren Moralpredigten kam. Also, welche nehmen wir? Bitte, lass uns einfach kurz reden. Tenders erlungen werden. Weil er war wütend. Okay. Verschiedene Versionen jetzt. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Ich will mit dir reden. Tenders erlungen werden. Tessa wütend. Und muss ich dich an deine Schulden erinnern? Nein, das war Tessa. Sie ist voll auf die Lose. Bitte, lass uns einfach kurz reden. Okay? Erlungen werden. Also, welche nehmen wir? Uff, schwere Entscheidung. Bitte, lass uns... Ich will mit dir reden. Wir sind Erinnerungen. Ich teile das an. 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 Ich würde der eher... Ich würde das... Ich will mit dir reden. Sofort. Muss ich dich an deine Schulden erinnern? Okay, und was ist das? Ich muss mir das nochmal... Ich muss mir das mal genauer angucken. Bitte. Lass uns einfach kurz reden. Okay? Hörst du das auch? Mary Ann war auf einen Kampf auf. Das macht für mich irgendwie nicht so... Bitte, lass uns einfach kurz reden. Okay? Das macht für mich weniger Sinn. Oder so ein bisschen... Ich würde sagen, ich würde sagen, das macht für mich ein bisschen... Ich will mit dir reden. Sofort. Muss ich dich an... Nehmen wir mal das hier. Das klingt für mich ein bisschen logischer. Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Du schuldest es den Kindern, Mary Ann. Du kannst mich ruhig verurteilen. Aber lass die Hass-Tiraden meinen Kindern gegenüber. Was für Hass-Tiraden? Ich versuche nur, deine Freundin zu sein. Sie brauchen eine starke führende Hand, aber du... Mein Gott! Glaubst du wirklich gerade eine gute Freundin zu sein? So wie du über meine Kinder sprichst? Ja! Du magst es vielleicht nicht glauben. Aber Freunde sind mehr als nur Geldverleiher. Muss das jetzt wirklich sein? Schön! Gehen wir in dein Büro. Ich bin gleich zurück, ihr zwei. Bleibt ja drin, okay? Mhm. Was ist los mit dir? Okay. Was heißt von dir in zwei in sich? Oder so. Ich wünschte, du hättest mir vertraut. Ich glaube wirklich, dass Tessa nicht so harsch war. Aber... Du kennst sie nicht. Egal wer angefangen hat, als sie ins Büro kam, hielt sich keine der beiden zurück. Worum ging es wohl in dem Streit? Mich? Weiß nicht. Bei der lauten Musik konnte man nichts mehr hören. Aber hey, jetzt wissen wir, dass sie uns angelogen hat. Fragen wir sie. Wie wäre es mit dem Mittelweg? Mit der Version, dass beide irgendwie seltsam waren. Okay. Schrank. Kann ich dir helfen, Alison? Oh, nein, danke. Alles gut. Ich würde nur deinen Schrank. Was macht das denn hier? Arusche Freischheit für die Sammlung. Okay. Mann, Tessa hat alles in diesen Notizbüchern aufgezeichnet. Zum Beispiel? Alle von ihr gewährten Kredite, Dinge, die sich Stammgäste kostenlos mitnehmen konnten, sogar die Kirchen spenden. Und was dann? Verteilt sie etwa Pferdeköpfe, wenn die Leute nicht zurückzahlen? Ich glaube, sie macht sich nur gern Notizen und übergibt sie dann irgendwann Petrus als Bewerbungsmappe. Hm. Okay. Zum Beispiel? Alle von ihr gewährten Kredite, Dinge, die sich Stammgäste kostenlos mitnehmen konnten, sogar die Kirchen spenden. Und was dann? Verteilt sie etwa Pferdeköpfe, wenn die Leute... Kann ich irgendwas für euch tun? Ähm. Tritt drauf. Vorhin hast du gesagt, dass Marianne alles für sich behielt. Aber ein paar Monate vor ihrem Tod habt ihr zwei euch heftig gestritten, oder? Wir haben uns ständig gestritten. Du musst schon konkreter werden. Es ging nicht ums Schummeln beim Kanaster. Es war heftig. Ihr habt euch im Büro verschanzt, damit wir nichts hören. Tut mir leid. Aber das ist Ewigkeiten her. Und ich bin gerade beschäftigt. Okay. Denken wir nach. Versteh schon. Scheiße. Ich wette, sie weiß mehr, als sie zugibt. Sie ist nicht ganz offen. Aber wir können sie nicht festnageln, wenn wir nicht wissen, worum es ging. Wenn wir wüssten, worüber sie gestritten haben, hätte sie keine Ausreden mehr. Sicher, aber wie machen wir das? Die Musik war einfach zu laut. Man konnte nichts hören. Marianne und Tessa waren verrückt nach dem Lied. Es lief ständig rauf und runter. Was meinst du damit? Wir haben diese Vision doch jedes Mal, wenn wir etwas sehr Emotionales sehen oder hören. Wenn wir es uns anhören, löst es vielleicht was aus. Hm. Da könntest du recht haben, Ronan. Mit halben Sachen brauchen wir gar nicht erst zu ihr zurückgehen. Lass uns mit Tom reden. Wir müssen sie direkt mit etwas genauerem konfrontieren. Okay. Finden wir raus, welches Lied das war. Aha. Finden wir raus, welches Lied das war. Okay, wie tun wir das? Das ist ein Gate-Automat. Mit ihm vielleicht nochmal sprechen. Erstmal ein bisschen Smalltalk. Wie läuft das Geschäft? Oh, nicht allzu viele Kunden. Aber dafür haben wir Zeit, die Inventur zu beenden. Wir schließen heute vielleicht früher. Ich gucke vielleicht das Finale von Survival on Ice. Sag es nicht, Tessa, aber ich bin für Butch. Sie denkt, er ist zu gnadenlos. Ich sage, das ist das Spiel. Hast du den neuen Schokoriegel schon probiert, der letzte Woche reinkam? Oh, nein. Noch nicht. Komisch, dass er mir schmeckt. Aber Nero und Schokolade. Aber gar nicht übel. Was sie sich wohl als nächstes ausdenken? Was steht bei der Wahlkampftour an? Eine Versammlung am Hafen. Die Fischer sind unzufrieden mit der jetzigen Situation. Hab so meine Ideen, wie man den Fischbestand erhält und dabei trotzdem volle Teller hat. Schnapp dir ein paar Flugblätter zum Verteilen. Okay. Die Frage ist vielleicht komisch, aber erinnerst du dich an das Lied, das Tessa und Marianne so toll fanden? Es lief andauernd. Wie könnte ich das vergessen? Ich glaube, sie hat die CD immer noch irgendwo hier. Oh, schon ein bisschen abgenutzt, natürlich. Oh, ein Moment. Oh, hier ist sie. Um ehrlich zu sein, war ich froh, als sie weggepackt wurde. Für meinen Geschmack etwas zu kitschig. Mhm. Da sind wir immer gespannt. Das ist es, oder? Ich glaube schon. Wow. Mich hat gerade eine Erinnerungsblut erwischt. Siehst du, was ich sehe? Ja. Sollten wir das überprüfen? Eine Erinnerung. Oha. Wieder durchgelaufen. Na komm. Erinnere dich. War das nicht hier? Okay. 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 Das ist eine Erinnerung. Die Kinder fragen mich andauernd nach diesen Bonbons. Aber die sind so teuer. Nimm einfach die Tüte. Ist okay. Oh nein, das geht doch nicht besser. Oh, das ist schnurz. Okay. Aber schreib es dir in dein Notizbuch. Okay, okay. Ich komme dann am Mittwoch und helfe dir bei der Ladenschließung. Wie versprochen. Ich finde, sie war selbstgerecht und hat Marianne wie ein Fall für die Wohlfahrtbahn. Sie hat nur versucht zu helfen. Suchen wir das Notizbuch, das sie hatte. Ich bin sicher im Büroschrank war eins mit der Aufschrift 2004. Okay. Hier sind noch bei zwei Erinnerungen. Hier ist noch eine Erinnerung. Genau hier. Da war es mal, du bist. Nein, das war gar kein Fall. Einige von uns versuchen hier auch zu arbeiten. Ganz vergessen, wie unbeschwert sie sein konnten. Ja. Was zum Teufel ist passiert? Glaubst du, wir können noch weitere Erinnerungen finden? Ich weiß nicht. Versuchen wir es. Okay. Das Lied ist schon wieder zu Ende. Ja. Spielen wir es erneut ab, um alle Erinnerungen zu sehen. Ich würde sagen, ich mache gerne eine Aufnahmepause. Ich bin in diesem Stream an dieser Stelle. Ich mache es im Ende. Wir können das nächste Mal weiter spielen. Jetzt, wo es gerade schön ist, wo es hier gerade eine schöne Erinnerung gerade kam. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, dass ihr euch nach oben so zig gefahren habt. Lass ein Abba dann neu sein. Und habt noch einen tollen Tag. Haut da rein. Ciao, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal.